Yo was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Out of Map Glitch zeigen, Godmode Glitch und alles. Was ihr dafür braucht ist die Mobilisierung, diese Glitches kennt ihr ja. Wenn ihr jetzt die Mobilisierung aktiviert, müsst ihr da in diesen Propeller reinspringen, in dieses Flugzeug wo abgestürzt ist. Wenn ihr dann da oben seid, müsst ihr da auf diesen Stein springen und dann weiter, dass ihr da hinten seid. Wenn ihr dann weiter auf den Stein geht, könnt ihr da hoch gehen und ihr müsst wirklich ganz am Rand laufen, sonst fallt ihr da rechts runter und wenn ihr da unten seid, könnt ihr nichts mehr machen. Ihr müsst euch selber töten und dann wieder warten, bis ihr wieder wiederbelebt seid. Wie ihr da auf die Landekapsel hochkommt, ist auch noch ziemlich schwer, aber ich erkläre es euch gut. Wenn ihr die Mobilisierung voll habt, müsst ihr rennen und während dem Rennen müsst ihr noch springen. Eigentlich ist es ziemlich leicht, ich habe es eigentlich beim ersten Mal gleich geschafft, aber wenn ihr nicht so die Glitches seid, dann schafft ihr das nicht gleich beim ersten Mal. Müsst ihr halt 2-3 Mal probieren, aber das macht ja nichts. Wenn ihr jetzt Out of Map gehen wollt, habt ihr ja schon gesehen, dann muss man einfach da runter springen und nach vorne rennen und schon seid ihr Out of Map. Natürlich war das noch nicht alles, man kann natürlich noch da hinten zum Barbarossa hingehen, wo man die Klinge holen kann, aber das zeige ich euch jetzt alles noch im Video. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal und ich hoffe euch hat das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. I know, I know, I know that you like it like that I wear designer, check the name on the tag White fox fur on my jacket Excuse me, that's a thousand